Leute, wir bauen heute mit euch eine Bluetooth-Box, quasi eine Boombox für eure Werkstatt, für die Baustelle, wo auch immer. Und zwar für unter 50 Euro. Für unter 50 Euro eine Bluetooth-Box, Herr Leser, das klingt sehr sparsam. Und damit sind wir nämlich auch schon beim Thema, denn das ist jetzt hier mal eine DIY-Challenge in Kooperation mit Idealo. Die Kollegen haben uns nämlich gefragt, Mensch André, wir wollen mal für wenig Geld was auf die Beine stellen und vor allen Dingen auch mit wenig Budget für Werkzeug, Herr Leser. Und jetzt sagen natürlich viele Zuschauer, ja Leute, ihr könnt ja gut reden. Ihr habt ja im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Damit haben sie auch recht. Ich finde mich selber in meiner Werkstatt hier nicht mehr zurecht. Wie viele Akkuschrauben haben wir jetzt? Man weiß es nicht. Aber Idealo hat uns im Prinzip so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und hat uns ein Budget von 300 Euro gegeben. So, und das fand ich eigentlich auch sehr spannend. Gerade jüngere Zuschauer fragen uns ja auch oft unter den Videos, womit soll ich denn jetzt anfangen? Was soll mein erstes Elektro-Werkzeug sein? Wie viel muss ich ausgeben? Und das haben wir mal so als Basis genommen und haben uns überlegt, wenn wir so eine Bluetooth-Box bauen wollen, was brauchen wir? Was sind die Elektro-Werkzeuge, die schon Sinn machen? Auf jeden Fall ein Akkuschrauber, würde ich sagen. Genau. Thema Nummer eins, Akkuschrauber. Warum? Du kannst bohren, du kannst schrauben natürlich. Du könntest natürlich auch mit dem einen oder anderen Vorsatz nochmal was fräsen oder schleifen. Also das ist schon sehr universell. Dann brauchst du... Was zum sägen? Zum sägen, genau. Denn wir werden diese Bluetooth-Box aus Holz machen, was wir hier noch in der Werkstatt haben. Es könnte natürlich aber auch sein, dass ihr das Holz nicht habt und ihr würdet in den Baumarkt fahren, würdet euch Leimholz holen, ob Buche, Kiefer oder auch vielleicht Palettenaltholz, was man noch so in der Gegend rumstehen hat. Und auch das muss natürlich alles gesägt werden. Klar, genau. Und bei der Bluetooth-Box kommt noch eine Herausforderung. Du musst ja auch die Lautsprecher einbauen. Das heißt, du musst runde Ausschnitte sägen. Und da fällt natürlich schon mal eine Kreissäge raus. Kappsäge auch. Kappsäge auch. Eine Kreissäge wäre natürlich jetzt hier das Werkzeug der Wahl, um wirklich gerade Schnitte zu machen. Zum Beispiel dann vielleicht auch sogar noch mit einer Anschlagsschiene, mit einer Führungsschiene. Aber damit wärst du dann im Prinzip mit den runden Sachen nicht kompatibel. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wenn wir wirklich mal basic anfangen, nehmen wir eine Stichsäge. Und dann würde ich noch sagen, brauchen wir ein bisschen was für die Oberfläche. Dann hast du vielleicht noch irgendeinen Exzenterschleifer. Ja, Exzenterschleifer habe ich mir überlegt. Gucken wir mal. Und wir müssen jetzt ja sehen, dass wir auch im Budgetrahmen bleiben. Und da fängt die Challenge schon an. Denn wir gehen natürlich jetzt hier auf die Plattform unseres Kooperationspartners Idealo. Und Preisvergleich ist ein Thema. Machst du das privat? Schon klar, auf jeden Fall. Also man ist ja immer, immer daran interessiert, halt auch gute Schnäppchen zu machen. Und von daher ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, da zu gucken, wo ist es am Belegen und wann. Ja, Preistransparenz ist natürlich gerade mit Internet eine schöne Sache. Und ich war ehrlich gesagt erstaunt, was du mittlerweile alles dort kriegst. Im Prinzip findest du da fast nichts, was du nicht bekommst. Aber wir fangen mal an mit unserer schönen Einkaufstour. Ich habe ja so ein paar Ideen schon, aber wir müssen tatsächlich noch gucken, ob wir das jetzt bekommen. So, ich habe jetzt einfach mal Akkuschrauber gesucht und siehe da, ich bekomme hier schon Schnäppchentipps angezeigt. Ich sehe zum Beispiel was, wo ich auch dran gedacht habe, den Bosch GSR 1215. Allerdings ist hier das Solo-Gerät wahrscheinlich gemeint. Ich habe einen im Sinn und zwar habe ich mir überlegt, wenn wir wirklich jetzt hier bei Null anfangen, dann brauchen wir auch noch ein bisschen Zubehör. Und damit wir das Zubehör nicht extra kaufen müssen, gehe ich hier auf die mobile Werkstatt von Metabo. Und jetzt ist hier die 18-Volt-Variante am Start ab 127,49. Das ist schon ein richtig heftiger Preis, muss man sagen. Denn wenn du vergleichst mal hier bei GoTools 140 inklusive Versand, bei Amazon 144 nur als Beispiel. Das ist schon ein Schnapper. Aber ich will noch ein bisschen den Preis sparen, denn was wir hinten raus gespart haben, haben wir vielleicht irgendwo noch dran übrig. Für dieses Projekt oder generell für eure erste Werkstatt brauchst du keinen 18-Volt-Akkuschrauber. Da reicht ein kleiner 10-8er respektive 12-Volt super aus. Du kannst alles mitmachen. Du kannst auch die gängigen Schrauben verarbeiten. Deshalb würde ich auf 18-Volt jetzt gar nicht gehen, zumal ja ein 12er auch ein bisschen handlicher ist. Und das empfehlen wir euch immer. Fangt mit 12-Volt erstmal an oder 10-8. Und wenn ihr dann merkt, ihr seid an der Leistungsgrenze, holt ihr euch einen 18er dazu, der eben dann mehr Ivan im Ärmel hat. Aber den 12-Volt-Kollegen werdet ihr dann auch weiterhin noch benutzen für normale Schraubfälle, weil es einfach viel handlicher ist. Und ein Zweitschrauber sowieso. Der eine zum Schrauben, der andere zum Bohren. Perfekte Kombi. Ich weiß, was ich suche. Das ist nämlich der Metabo 10,8 Volt. Wie heißt der? B.S. PowerMax auf jeden Fall. PowerMax, genau. Und den gibt es in dieser mobilen Werkstattversion. Das heißt, du hast dann direkt, Havora dabei, ein bisschen Zubehör, wo du dann quasi auch mit starten kannst. Da sieht man den PowerMax ab 106,68. Siehe da, wir haben einen Treffer. Oder nicht nur einen, direkt mehrere. Und jetzt ist es ganz interessant. Du siehst nämlich jetzt hier, entweder du gehst zum Shop oder du kannst auch einen Direktkauf machen über Idealo. Was ich gut finde, weil mich nervt das, wenn ich dann über einen Preisvergleich gehe. Und dann gehe ich in den Shop, dann habe ich vielleicht da keinen Kundenkonto, weil ich das alles über eine Plattform machen kann. Mega. So, jetzt haben wir hier dieses Angebot. Gehe ich nochmal drauf, gucke mir den an. Und siehe da, das ist er. Sogar mit zwei Akkus, Zubehör inklusive Koffer. Perfekt. Das ist genau das Ding, was ich jetzt so, wenn es um Budget geht, und du hast sonst noch nichts, dann wäre das so meine Empfehlung. Und vor allen Dingen für den Kurs, muss man mal sagen. Ist das schon schnapp. Schon schnapp. So, und jetzt gehen wir direkt hier zum Kauf. Jetzt sind wir immer noch bei Idealo zum Bestellvorgang. Da geben wir jetzt die Adresse ein. So, Zahlung PayPal passt auch. Jetzt kaufen. PayPal-Daten blende ich jetzt mal ausnahmsweise aus. Was wir jetzt noch sehen, ist auch eine schöne Funktion. Nennt sich Preiswecker bei den Kollegen hier. Und das nutze ich tatsächlich laufend, gerade bei größeren Anschaffungen zum Beispiel so ein Fernseher oder so. Wenn du mal eben so 1.000 Euro und du siehst irgendwo, du hast so einen OLED-Fernseher oder so, der ist meinetwegen gerade bei 1.300. Und du denkst, okay, vielleicht war der schon mal günstiger, dann warte ich noch. Oder du setzt sogar einen Preiswecker, dass du sagst, wenn das Ding bei 1.000 ist, kriege ich eine Mail, und kann dann direkt kaufen. Und hier sieht man das eigentlich auch. Wir haben jetzt noch nicht mal zum günstigsten Preis. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir hätten vielleicht noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt bezahlt, inklusive Versand, 106,68 Euro, also rund 107 Euro. Und kurz vorher hätten wir hier noch für quasi 95 Euro unseren Schnapper machen können. Aber wir wollen ja auch fertig werden. Ich wollte gerade sagen, da muss man auch mal ein bisschen Zeit mitbringen. Wie es auch schon, wenn du weißt, du musst jetzt irgendwie mal eine neue Spülmaschine haben, etc. oder eine neue Waschmaschine. Und du weißt, dass die Maschine nicht mehr dieses Jahr durchs Jahr kommt. Weil dann kannst du natürlich echt schon gut beobachten. Weil sogar jetzt bei kurzfristigen Anschaffungen musst du natürlich mal ein bisschen... Manchmal auch vielleicht auch mal... Manchmal brauchst du es ja auch sofort. Ja, genau. Aber ich sag mal, unterm Strich, wir haben jetzt so ein Gerät für 107 Euro mit zwei Akkus, ein bisschen Zubehör. Das ist schon gut. Ihr wisst ja auch, Bosch DSR 12 V15 verlosen wir öfter. Und der ist natürlich auch immer ein Schnapper. Aber im Regelfall nicht unter 120 zu bekommen. Dann, was brauchen wir noch? Stichsäge. Stichsäge. Suchen wir einfach mal. Aber jetzt im Stichsägenbereich oder so, da würde ich jetzt auf Kabel gehen. Ich habe jetzt in den Preisbereich immer eingegrenzt zwischen 40 und 60 Euro. Denn ich möchte jetzt kein absolutes Billigprodukt. Ich möchte schon irgendwo was auf Marke. Zum Beispiel Bosch PST 650 haben wir euch auch schon mal empfohlen. Für den Anfang. Aber was mir hier gerade ins Auge fällt, ist zum Beispiel die Metabo STE B65. Quick. Quick. Das wird für den Blatt ein Schnellwechsel sein. So, 32 Angebote. Und siehe da, SVH24 ist am Start. Günstigster Gesamtpreis. 51,86 inklusive Versand. Also rund 50 Euro. Und auch hier wieder zum Kauf direkt über Idealo. Perfekt. So, das heißt Stichsäge auch am Start. Und was hier auch nochmal interessant war, jetzt B-Ware oder Gebrauchtware, also zum Beispiel Retouren, 55,90. Neuware ist günstiger. Und es gibt noch Marktabholung. So, und was wir aber hier auch noch machen können, wir können jetzt hier ein Herzchen dran machen. Dann hast du quasi einen Merkzettel und kannst dir bestimmte Produkte einfach auf den Merkzettel packen. Quasi wie eine Wunschliste. Ja, Wunschliste und dann hast du immer auch eine Preisübersicht. Aber wir suchen mal weiter. Exzenter Schleifer. Exzenter Schleifer. Genau, und da habe ich jetzt nicht so einen Plan. Was für mich jetzt zählt, ist Marke und Preisbereich so bis 50 Euro. Okay. Könnte schwierig werden. Aber Netzgebundene, kein Akku. Ja, Akku kannst du für den Preis vergessen. Ich gucke mal bis 50 Euro. Und ich mache es jetzt so, dass ich, um die ganz billigen rauszuhalten, sage ich mal 40 Euro. Vielleicht gibt es welche für 30 Euro. So. Okay. Eine hätte ich. Bei Ruben. Eine sogar Akkusystem. Aber da wir jetzt ja nicht im Einhell-Akkusystem sind. Macht es ja keinen Sinn. Macht es keinen Sinn. Aber vielleicht auch für euch nochmal eine Option, dass ihr sagt, okay, wenn ihr wirklich im Budgetbereich bleibt, vielleicht auch mal im Akkuschrauber mal mit Einhell anzufangen. Dann könntest du auch alles so auf Akku wahrscheinlich bekommen für einen ähnlichen Kurs. So, was ich jetzt sehe, sind hier Bosch PE-X220A oder ein Ryobi für 9,40. Der Bosch ist nochmal ein bisschen günstiger. Würdest du Ryobi oder Bosch? Ja, ich will jetzt rein nach dem Preis gehen, dann will ich auch für den Bosch nehmen. So, gucken wir den mal an. Ach, guck mal. Kollegen von SVH sind wieder am Start. 9,40, 9,60 inklusive Versand. Das passt. Hier habe ich auch noch eine Marktabholung. Das heißt, ich könnte dann auch aussuchen, wo ich mich befinde und dann wird mir was angezeigt, wo ich dann abholen könnte. Und hier wiederum Preisentwicklung. Also ich habe jetzt keinen Ausreißer. So, auch das zum Kauf direkt. So, und Werkzeug haben wir also. Aber was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich die Lautsprecher. So, und Lautsprecher würde ich jetzt mal sehr pragmatisch an KFZ-Lautsprecher gehen. Zwei-Wege-Koaxial-System. Das heißt, du hast in der Mitte noch einen Hochtöner für den etwas besseren Hochton-Bereich. Dann hast du den Vorteil, dass du bei den Lautsprechern meistens auch ein Abdeckgitter vorne hast. Das heißt, dann sind wir nach vorne auch geschützt. Und wir haben in der Regel auch Schablonen dabei für die Ausschnitte. Was cool ist, wenn wir dann anschließend mit der Stichsäge sägen wollen. So, und die Lautsprecher müssen ja auch irgendwie betrieben werden. Und dafür brauchen wir einen Verstärker. Und die Leute in Fernost sind da sehr, sehr findig und bauen kleine, winzige Verstärkerplatinen. Das ist im Prinzip ein digitaler Verstärker. Deshalb sind die so unheimlich klein geworden mittlerweile. Und die haben sich gedacht, wir packen auch noch gleichzeitig ein Bluetooth-Empfänger-Modul drauf. Das heißt, alles, was das Herz begehrt. Und ich weiß, dass die wirklich günstig sind. So 15, 10 bis 15 Euro bekommst du so ein Ding. Und das hat noch einen Vorteil, denn die Spannungsversorgung ist relativ variabel. Da kannst du im Prinzip meistens so von 8 bis 25 Volt rangehen. Das heißt, das eröffnet uns wieder die Möglichkeit, dass wir mit einem Werkzeugakku optional die Box auch noch betreiben können. Werkzeugakku, so 18 bis 20 Volt so in dem Bereich, sind wir also safe dabei. Und das mit dem Akku müsst ihr natürlich entscheiden, ob ihr dann vielleicht mal das Ganze ausbaut, euren Werkzeugfundus. Oder ob ihr vielleicht auch sagt, okay, ich habe ja schon Werkzeug, aber trotzdem will ich diese Bluetooth-Box nachbauen. So, und was ihr dann allerdings noch braucht, ist ein Adapter, wo ihr diesen Werkzeugakku entsprechend adaptieren könnt, damit ihr einfach Plus und Minus davon abgreifen könnt. Und da bin ich hingegangen auf Thingiverse und habe mit meinem 3D-Drucker so eine Halterung gedruckt für Makita-Akkus. Makita-Akkus haben wir ja. Und dann gibt es auch noch Adapter dafür, wo du einfach diese beiden Kontakte hast, wo der Akku dann entsprechend abgegriffen wird. Aber Basic-mäßig bleiben wir halt ganz normal erstmal mit Netzteil, oder? Genau, Basic-mäßig besorgen wir uns jetzt hier noch bei Idealo ein Netzteil, klassischerweise so irgendwas um 100 Watt. Auch bei dem Bluetooth-Verstärkermodul habt ihr im Prinzip noch Luft nach oben, je nach Budget. Ihr könntet euch auch ein größeres Modul holen mit mehr Ausgangsleistung und zum Beispiel auch einem Subwoofer-Kanal und könntet dann die Box vielleicht sogar größer machen, hinten noch einen Subwoofer ran, für richtig jala jala. Aber wir bleiben ein bisschen Basic und eins fehlt noch, nämlich wir haben noch keine Schraubzwingen. Und Schraubzwingen wirst du brauchen. Achso, ein bisschen Zubehör meinst du? Genau, ein bisschen Zubehör, ein Winkel zum Anzeichnen, der macht sich ganz schlank. Einen Stift haben wir ja. Stift haben wir, genau. Zollstock haben wir ja jetzt auch. Zollstock, genau, Team Zollstock. Sehr schön. Ich glaube, den gibt es übrigens noch nicht bei Idealo. Aber wir arbeiten dran. Wenn ihr keine PSA habt, also eine Schutzbrille, ein bisschen Gehörschutz oder so, dann könnt ihr euch auch noch mal eindecken. Da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das aber viele eine Schutzbrille oder so im Haushalt haben. Bei dieser Verstärkerplatine werden wir löten müssen. Das heißt, ich bin nochmal hingegangen, einfach auch aus Neugierde, um zu gucken, für wie viel Geld kriege ich eine Lötstation. Und siehe da, ich habe über Idealo einen Händler gefunden, der eine kleine Basic-Lötstation für unter 10 Euro hatte. Die habe ich auch noch bestellt, sodass das jetzt hier wirklich die absolute Schnäppchen-Challenge ist. Und für die Verleimung der Hölzer, da müssen wir dann noch auf Holzleim zurückgreifen. Den haben wir aber auch, ihr eventuell auch schon. Ansonsten kannst du natürlich auch notfalls noch vielleicht mit Heißkleber was machen. Es geht natürlich daher, dass wir das Gehäuse auch dicht bekommen. Und da könnte zum Beispiel auch noch helfen, dass wir ein bisschen Dichtband haben oder Secaflex. Das zeigen wir euch dann gleich in der Anwendung. Haben wir, wenn ich es noch nicht habe, könnt ihr euch dann besorgen, müsst ihr aber nicht. Wir warten jetzt bis hier das Werkzeug eintrudelt und dann machen wir weiter. Drei Tage später. So Freunde, der Herr Leser hat ausgepackt, wie man eben gesehen hat. Und jetzt liegt hier das ganze Werkzeug zu einem Schnapperpreis im Prinzip. Muss man wirklich mal sagen, wenn man überlegt, Akkuschrauber mit komplett Zubehör, Stichsäge, Exzenterschleifer für roundabout um die 200 Euro. Das ist wirklich so eine Basisausrüstung, die wir euch empfehlen können. Aber nachdem das Werkzeug hier ankam, hat sich der Elan sofort gepackt. Du bist sofort ans Werk. Genau. Und ja, wir wollen euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie wir diese Bluetooth-Box gebaut haben. Erstmal, was brauchten wir? Das Werkzeug, klar, hatten wir. Material. Material. Wir haben uns ein Bluetooth-Verstärkermodul gekauft für nicht mal 20 Euro mit Werksangabe 2x50 Watt. Und das Schöne ist eben, dieses Verstärkermodul hat auch einen Bluetooth-Empfänger. Das heißt, ihr könnt direkt loslegen. Ihr könntet aber auch ganz normal über Line-In mit einem Klinkenstecker irgendeine beliebige Quelle anschließen an die Box. Und das Schöne an diesen Bluetooth-Verstärkermodulen ist, dass du von der Spannung variabel bist. Also von 5 bis, glaube ich, 25 Volt gehen die. Das heißt, wir sind auch dann prepared quasi hier für so einen Werkzeug-Akku. Und da haben wir gesagt, da legen wir noch einen drauf, damit man nochmal die Option hat, das Gerät mit einem Werkzeug-Akku zu betreiben. Die Boombox. Die Boombox. So, holzmäßig hatten wir uns überlegt, was nehmen wir. Ihr könnt natürlich alles mögliche an Holz nehmen, was euch vor die Stichsäge kommt. Wir hatten erst an Palettenholz gedacht, aber dann müsstest du die Streifen noch miteinander verleihen. Ja, und du musst ja auch noch versuchen, das alles noch ein bisschen abzurichten, zu hobeln. Also eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel Aufwand. Und deswegen haben wir uns einfach für entschieden. Also das, was man irgendwie auch handelsüblich bekommt, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Einfach einfach so Leimholz. Und da haben wir uns dann auch für ein Hartholz entschieden, also Buche. Und ja genau, das war unser Rohmaterial. Und damit sind wir halt gestartet, was ich eigentlich auch im Nachhinein als sehr, sehr schlau empfunden habe. Weil Palettenholzer wäre, glaube ich, das Ergebnis, was wir dann jetzt so auch erzählt haben, was wir euch dann auch gleich zeigen, niemals rangekommen. Eventuell packte ich ja der Ehrgeiz, dass du sagst, okay, Palette, nicht irgendwo noch im Innenhof. Dann schleifst du die runter, machst sie sauber, kannst natürlich auch abbürsten, kannst du noch Flammen. Ja, klar. Dann zusammenleihen und es ist ja auch nicht gesagt, dass vielleicht nicht der ein oder andere von euch vielleicht noch irgendwie einen Hobel hat. Ja, einen Handhobel, klar, sicher. Einen Handhobel oder sowas. Das heißt, da seid ihr im Prinzip erstmal völlig frei. Aber wie gesagt, das Einfachste ist wahrscheinlich wirklich aus dem Baumarkt Buche. Könntest du auch Kiefer nehmen, könntest du dann auch wieder rumflammen, ein weicheres Holz. Wäre dann noch etwas preisgünstiger. Bei uns kam dazu, dass wir dieses Stück Holz noch hier im Lager hatten. Das lag hier einfach rum, da wollten wir eigentlich mal einen Regalboden rausbauen. Aber jetzt ist eben eine Bluetooth-Box rausgeworden. Dann der Zuschnitt. Da hatten wir uns ja am Anfang so auch überlegt, naja, mit der Stichsäge geht das alles so klar. Denn normalerweise, wenn du jetzt gerade Schnitte machen würdest, wärst du ja eher bei einer Handkreissäge. Oder Tischkreissäge lernt. Oder Tischkreissäge, genau. Könnte natürlich auch dann für euch eine Ausbaustufe sein, wenn ihr wirklich anfangt. Aber wir wollten ja wirklich back to basic. Du warst am Anfang sehr skeptisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte dann natürlich auch so eine, ja, schon eine Art Plan. Ich hab mir natürlich auch einen Plan gemacht. Der liegt hier sogar noch irgendwo, hier. Oder beziehungsweise haben André und ich noch mal einen Plan gemacht. Hier so eine kleine Handskiz, ein bisschen was aufgeschrieben. Die ist das. Wenn man so einen kleinen Fahrplan hat und sich komplett da irgendwie ohne Plan loslegt. Und da hab ich mir auch schon so, weil ich halt auch wusste, okay, mit Stichsäge dann halt auch Zuschnitt. Und dann diejenigen, die schon ein bisschen so auch mit dem Handwerk ein bisschen mehr zu tun haben, wissen, wo auch die Problematik bei einer Stichsäge ist. Ist halt einfach so, dass du halt nicht immer einen schönen, senkrechten Schnitt hast, sondern das ist halt immer so keil. Eigentlich schnell ist halt immer eine leichte Gehrung so. Und das ist natürlich für den Finish halt nicht so ganz so geil. Und damit hab ich dann halt auch schon gedacht, boah, das wird halt nichts und so jetzt etc. Und ja, du hast halt keine Führung. Wie machst du da so eine Führung? Und das waren halt so Gedanken im Vorfeld, die ich mir gemacht hab. Und dann haben wir da auch eine schlaue Lösung so gefunden. Und von daher auch nochmal da zurück, weil einfach das Schöne an diesem zugekauften Rohmaterial ist, dass du einfach schon mal eine Maschinenkante hast. Also hast du ja schon mal eine gerade Kante beziehungsweise zwei. Also das Brett ist ja schon mal rechtwinklig außen. Genau. Und darauf kannst du halt aufbauen. Und deswegen hab ich dann halt auch mal einmal einen Lenkschnitt gemacht und hab mir dann einfach geholfen, einfach nochmal eine Latte genommen, wo ich dann halt auch wirklich mit der Stichsägensohle halt den Anschlag hab und dann einfach so fühlen. Da habe ich auf jeden Fall schon mal die Gewissheit, dass mein Schnitt gerade wird. Aber dann natürlich in der Neigung her war es dann halt einfach wieder so Stichsägenschnitt halt mäßig einfach schief. Wir hatten ja auch selber den Ehrgeiz, dass wir wirklich nicht in unsere Schatulle hier greifen. Und das sieht man jetzt auch am Sägeblatt. Das ist nämlich gut durchgebläut. Auf jeden Fall. Klar, Hartholz. Und das war ja schon dann auch ein bisschen Strecke. Ja, das war, glaube ich, im Nachhinein eventuell vielleicht auch noch ein Fehler, dass wir einfach Buche genommen haben oder hatten halt Buche. Eventuell wäre es vielleicht bei Weichholz vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen. Ja, viel, viel besser. Man sagt ja auch gerade am Anfang fängst du vielleicht so ein bisschen eher mit Weichholz an, direkt Hartholz zu verarbeiten. Aber so what? Es hat erstaunlich gut geklappt. Auf jeden Fall. Es war halt wunderbar. Und dann genau, das waren einmal die Lenksschnitte, die ich halt so gemacht habe. Und dann musst du natürlich halt nochmal deinen Längstreifen natürlich nochmal ablenken, weil du, wie gesagt, dein Bauteil halt brauchst. Und da habe ich halt auch immer den Winkel genommen, habe den Winkel halt angelegt. Hier, wie gesagt, hatte er eine Maschinenkante. Von daher hatte ich da schon mal einen guten Referenzpunkt, dass auch wirklich der Winkel auch schon mal gerade liegt. Und da habe ich den Winkel angesetzt. Dann haben wir ja noch diese zwei Schraubfringen, habe hier einmal angesetzt, da angeklemmt. Und dann einfach hier an der Kante, weil der Winkel auch relativ dick ist, was jetzt auch ganz schön ist, konnte ich dann einfach mal so langsägen. Ja. So kann man sich dann halt auch behelfen. Genau, das ist ja du. Oder du hast ja noch irgendwie so eine Alulatte oder sowas. Ja, genau. Irgendwas. So habe ich das auch früher gemacht. Oder tatsächlich irgendwo an einem Brett lang. Genau. Wir haben ja auch wirklich nochmal zwei Schraubfringen bestellt. Es ist wirklich lustig, weil wir haben ja wirklich alles hier. Ja, ja. Aber ich habe wirklich gesagt, nee, ich bestelle jetzt was und dann machen wir das damit. Und klar, du brauchst erst mal zwei Stück, auch wenn du noch irgendwie was nachher fixieren willst, nachher bei dem Gehäuse und gerade jetzt hier auch mal eben so einen Anschlag fixieren. Also klar, die Maschinen kann man jetzt nicht ersetzen, aber so das wichtigste Hilfsmittel waren tatsächlich wirklich die Schraubzwingen. Bei sowas kann man sich natürlich immer noch behelfen. Du sagst irgendwie mit einer Latte irgendwas oder ein Restholz etc. Das geht alles, aber wirklich diese Schraubzwingen, das hat sich wirklich beim Zuschnitt wirklich als sehr, sehr hilfreich bezahlt gemacht und natürlich danach auch beim Zusammenbau auch, ne. Weil es ist halt einfach so, ne. Du hast mit der Stichsäge einfach jetzt nicht diese Schnittqualität, wie du mit einer Tischkreissäge hast, mit einer Handkreissäge, mit einer Tauchkreissäge oder mit einer Kappsäge hast du einfach nicht, ne. Und da wären dann nachher die Zwingen und natürlich auch Schleifpapier dein bester Freund, ne. EA und ich machen wieder diesen hier. Weil du kannst ja dadurch halt wirklich sehr, sehr viel Druck aufüben und da nur ein bisschen fuschen und dann ist das Resultat auch gut. Und wie gesagt, wir haben es dir noch nicht gezeigt, aber André hat es dir das erste Mal gesagt und gesagt, okay, das ist gut geworden so. Ich bin halt auch positiv überrascht gewesen von dem Ergebnis. Hätte ich halt auch nicht so gedacht, ne. Du warst richtig angesäuert. Ich hatte ja keinen Bock auf Stichsäge, so, ne. Aber das ist vielleicht dann auch einfach auch wieder so berufsbedingt. Man hat es einfach anders gelernt, ne. Und hat man einfach keinen Bock drauf. Wir versetzen uns auf die einsame Insel. Ja, ja, genau. Und dann bleibst du einfach nur da. Wir sind komplett alleine auf irgendeiner einsamen Insel, aber wir im Internet können bei Idealo bestellen. Genau. Das läuft. Handkreissäge war dann gerade aus. Aber eine wichtige Sache ist natürlich auch noch, die man eigentlich auch gut braucht, ist ein gescheiter Arbeitstisch, ne. Wir haben echt einen super großen Tisch, so. Und echt immer viel Platz, so, auch wirklich zum Anzwingen, etc. Und nachher ist auch viel für die Zuschnitte, so. Also das ist ja, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, ein gescheiter Arbeitstisch, ne. Also da müsst ihr dann, falls ihr noch wirklich keine Werkstatt habt, eventuell den Küchentisch nehmen. Ja, oder so, ja, oder Essstisch. Oder so was, oder draußen auf einer Mauer, oder was weiß ich, oder im Garten, also, oder du hast irgendwie zwei Böcke und selbst die brauchst du am Anfang vielleicht nicht kaufen, wenn du dir eine Stichsäge nimmst und du hast ein paar Kanthölzer, dann kannst du dir da auch noch mit behelfen. Ja, klar. Und filmst dir erstmal so ein... Aber ein Arbeitstisch ist schon... Ich glaube, das haben wir auch in den ganzen Top 3, wie das noch nie gehabt, dass einer seinen Arbeitstisch, glaube ich, gezeigt hat, als Top-Werkzeug. Kann auch sein, dass mich jetzt täuscht, aber weil das ist auch wirklich maßgeblich gewesen für das Projekt. Weil sonst, also da kriege ich mal Krampf, da habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich gar nichts. Also Stichsäge hat mich überrascht, weil die ist ja wirklich im unteren Preisbereich gewesen, oder zumindest, ja, also ich sage mal rund 60 Euro, hat mich überrascht. Dann der Akkuschrauber, wo wir ja gesehen haben, dass da auch wirklich eine sehr starke Volatilität im Preis ist, also du kriegst den auch für 130, 140 teilweise. Das finde ich wirklich bei Idealo auch nochmal gut, dass du da wirklich diese Preisentwicklung sehen kannst. Und dann wirklich siehst, okay, unter 90 Euro zuschlagen. Den finde ich wirklich, wenn man das wirklich mal als Gesamtpaket betrachtet, wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Also klar, die Beleuchtung ist gut. Klar, es ist kein bürstenloser Akkuschrauber, aber das macht überhaupt nicht den Eindruck, als wenn es jetzt irgendwie Sparmodell wäre. Null. Nee, das jetzt nicht. Gerade noch, wenn wir jetzt das vergleichen mit dem DF3-3-0 von Makita. Genau, das passt halt schon gut. Klar, ich finde, das Bohrvorder ist wieder eingedreht und dann hast du natürlich noch so ein Adapterzubehör, wo du einfach nur Sechskant hast. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist, glaube ich, einfach, weil die Maschine einfach schon ein bisschen älter ist. Jetzt hat der Metabolon noch dieses Flexi-Click, auch bei den 12-Volt-Geräten. Und ja, also für 150 Euro würde ich nicht kaufen, bin ich ganz ehrlich, aber für 100 in dem Umfang macht man da erstmal nichts dran falsch. Ja, das hat uns natürlich wirklich auch in dem Budgetrahmen bleiben lassen, denn wir hatten Bohrer. Man sieht das nachher auch beim Vorbohren, da muss ich dann statt dem Holzbohrer den normalen HSS-Bohrer nehmen, weil bei den Holzbohrern geht es erst ab 4 mm los. Naja. Aber ansonsten, ne? Ja, was soll ich sagen? Also es ist schön, dass es da ist, so für das Projekt auf jeden Fall gut. Wie gesagt, wir haben die Bohrer stark gebraucht, also die Holzbohrer, André hat nochmal den HSS-Bohrer gebraucht. Klar brauchen wir auch nochmal eine Bit-Spitze. Das ist halt schon alles ganz gut, dass es halt da war. Das war für das Projekt halt auch wichtig, ne? Klar, wenn wir jetzt uns entscheiden müssen, welchen Bohrer-Satz wir nehmen oder welchen Bit-Satz, dann würden definitiv die Fragen anders aussehen als das, was jetzt vor uns liegt. Aber wie gesagt, wir haben unser Budgetrahmen, ne? Genau, genau. Und für das Projekt war es ja auch alles in Ordnung, um Gottes Willen. Das passt. Die Maschine war halt auch da. Die Akkus waren ja schon ein bisschen vorgeladen. Ich habe jetzt einmal, während des Projektes, dann einmal nochmal einen Akku wechseln müssen, aber von daher und Kraftverhältnisse auch mit dem 10er-Bohrer habe ich einmal gebohrt, um halt wirklich, wir haben ja diese Ausschnitte gemacht mit der Stichsäge und dann musst du natürlich auch einmal vorbohren. Das habe ich dann so an vier Punkten habe ich ein bisschen gebohrt und da hat die Maschine jetzt auch nicht rumgezogen und der Bohrer hat jetzt auch sauber durchgezogen. Von daher ist alles gut. Dann Thema Exzenterschleife, offensichtlich auch schon ein bisschen Staub aufgewirbelt, der Bursche. Ja klar. Auch hier wiederum haben wir wirklich aufs Budget geachtet und haben gar keine extra Schleifscheiben gekauft. Da war im Lieferumfang eine 80er dabei, eine. Die hat uns auch wirklich über das Projekt gebracht, genauso im Prinzip hier wie der Stichsägenblatt. Ich meine, da waren zwei dabei. Ja, das eine ist aber mit Metallblatt. Also das andere ist Metallblatt. Genau. Wir haben uns dann aber entschlossen, dass wir es doch mit Holz machen am Ort, weil das Metallblatt gar nicht. Budget-Gerät, Einstiegsklasse. Dein Eindruck? Also ja. Kann man mitarbeiten? Genau, kann man mitarbeiten. Das sowieso so. Und es ist jetzt auch nicht verkehrt, sage ich mal so. Ich habe auch so eine ähnliche Maschine von Makita, auch in meinem eigenen Besitz. Ich habe dann so ein bisschen noch Einschaltmöglichkeiten, da ist einfach nur an und aus. Und dann war jetzt für das, was ich jetzt geschliffen habe, ist ja auch wieder das Schöne an dem Baumarktholz. Da ist ja schon so ein bisschen vorgeschiffen, vorbehandelt etc. Und dann ist es halt auch wirklich gut. Und damit habe ich dann auch schön die Rundungen gemacht, wobei vielleicht auch die ein oder anderen auch schimpfen werden, weil man es eigentlich mit dem Exzenter nicht so wirklich macht. Also macht man eigentlich so mit Handschliff, aber das werde ich jetzt einfach auch für das Projekt einfach auch mit der Maschine gemacht, schön die Ecken abgerundet etc. und das alles funktioniert. Da hatten wir uns mal unterhalten, ob wir nicht eventuell noch mit einer Kantenfräse die Ecken runden, abrund mit einem Abrundfräser. Aber das hast du dann da mitgemacht und mein erster Eindruck war ja, ey, sieht super aus. Denn da auch nochmal der Hinweis, ihr könntet natürlich jetzt auch sagen, okay, um das Ganze noch zu verfeinern, ihr legt vielleicht noch 50 bis 100 Euro ins Budget rein und gönnt euch noch eine Oberfräse oder eine Kantenfräse. Es gibt ja die RCT heißt sie, meine ich von Makita, die ist ja allseits beliebt, weil es auch eine Kantenfräse ist mitten im Oberfräskorb. Es gibt aber auch da ja diese Clones für um die 50 Euro. Für das Geld taugen die auf jeden Fall, haben wir auch schon öfter gesagt, ist bei uns eine Budget-Empfehlung. Und wenn ihr so eine Kantenfräse habt oder so einen Kantentrimmer, da habt ihr auch zig Anwendungen dafür, ruckzuck. Das wäre bei der Bluetooth-Box zum Beispiel noch eine Möglichkeit gewesen, um vielleicht die Umschnitte ein bisschen zu versenken, so abzurunden, um das Ganze bündig zu kriegen und dann vielleicht noch vorne eine andere Blende oder so drauf zu zaubern. Da sind natürlich eurer Kreativität und Schaffensfreude keine Grenzen gesetzt. Aber wir verlinken die Werkzeuge und das Material natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann ging es weiter. Du hattest das Material alles zugeschnitten. Genau. Und dann war noch die Idee, verleihen wir jetzt oder schrauben wir? Für uns war das einfach auch im Zuge der Materialauswahl. Klar wäre es eventuell auch schöner gewesen, einfach alles zu verleihen. Funktioniert aber nicht, weil wir auch nur zwei Schraubzwingen haben. Für das ganze Ding, um den ganzen Kopf mal ein bisschen zu verleihen, fehlt uns einfach auch wirklich an Material. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen was für Eckverbindungen suchen müssen. Klar, ich hätte auch lieber gerne alles mit Lamello gemacht, aber ist halt nicht so. Deswegen haben wir uns einfach geschaut, okay, wir verschrauben einfach so. Und einfach dann halt vorne aus dem Sichtbereich haben das dann irgendwie auch so gewählt, dass es vom Harmonischen halt irgendwie auch symmetrisch aussieht. Also schon gewollt. Die ganzen Lochabstände etc. Ja, und das war dann halt unsere Verbindung. Und das war ja dann, also ist ja dann auch relativ human. Und wir haben auch jetzt auch nicht so viele Schrauben gebraucht. Ich würde schätzen vielleicht an die 30 Schrauben. Und das sollte vielleicht auch jeder noch so ein bisschen zu Hause haben. beziehungsweise ist für kleines Geld dann auch im Discount etc. irgendwo zu haben. Da muss man ja auch die Maschine auch ein bisschen was gebrauchen. Da haben wir die Maschine vorgebohrt, geschraubt. Und da bist du natürlich auch wieder in dem, was wir halt auch mal sagen. Klar, du kannst erst mal alles einfangen mit einer Maschine und dann kannst du mal vorbohren, wieder Bit wechseln, dann Schraube und dann bist du halt immer so ein Wechsel. Und da sagen wir ja dann ja auch, gut, wenn da auch irgendwann mal der Spaß da ist und auch das Hobby ernster wird, dann macht es halt auch schon Sinn, vielleicht nochmal eine zweite Maschine zu holen, einfach für das Vorbohren. Wobei wir jetzt nur vorgebohrt haben, die nächste Ausbaustufe wäre dann noch ein Bohrsenker etc. Aber dass man halt immer so mit zwei Maschinen so am Hantieren ist. Und dafür reichen halt auch 12 Volt völlig aus für solche Projekte, die wir jetzt gemacht haben, auch wenn die größer werden etc. Also für Möbelbau reicht 12 Volt auch. Ja, absolut. Ist ja immer unser Reden. Erstmal mit 12 Volt anfangen oder 10, 8 und dann weiter gucken, wenn man mehr Leistung braucht. Und mit dem Exzenterschleifer vielleicht auch nochmal der Hinweis. Klar, wir haben jetzt um die 50 Euro für den Schleifer als Budget. Die 50 Euro hätten natürlich tatsächlich auch in so eine Kantenfräse gehen können. Aber dann hättest du natürlich auch noch ein bisschen für Fräse investieren müssen. Genau. Denn das Schleifen hättest du natürlich auch noch von Hand machen können. Aus Holz, Schleifglotz, einfach ein bisschen Schleifpapier besorgen. Aber ich bin auch persönlich relativ schnell bei einem Exzenterschleifer gelandet, weil gerade wenn du mal eine Tischplatte oder irgendwie sowas aufbereiten willst, dann willst du das nicht mit der Hand machen. Da wirst du geklappt. Und das geht halt auch dabei. Man muss ja dann jetzt auch, die wenigsten Leute werden es halt auch den Unterschied kennen. Also zu einer Tischlerei, zu professionell arbeiten. Da bist du natürlich oberflächemäßig wieder auf ganz, ganz anderen Maßstäben. Aber hier ist es einfach ganz einfach. Okay, ich möchte eine glatte Oberfläche haben und dafür reicht das halt klar. Und wenn du das halt jetzt nur projekteweise benutzt und nicht jeden Tag da acht Stunden damit rumhantieren musst, dann ist das halt auch wirklich alles in Ordnung. Dann war das Gehäuse fertig und ich war echt überrascht. Ich habe dich ja komplett erst mal in Ruhe gelassen. Und dann war es fertig und da dachte ich, echt cool, ne? Der Nachteil war, dass man natürlich mit einer Stichsäcke nicht auf den Mühe genau arbeiten konnte und da hat man schon mal so ein, ich sage mal so eine Schattenfuge. Ja, ja, klar. Und da ist es wichtig, dass das Gehäuse natürlich akustisch nachher dicht ist. Und das haben wir so gewährleistet, dass wir uns eine Tube Sikaflex genommen haben, eine Kartusche, die nur irgendwo rumfliegen hatten und haben das halt dann von innen ausgespritzt, die Kanten. Und Sikaflex ist ein kombinierter Dicht- und Klebstoff und es kommt vor allen Dingen auf Dichtigkeit an. Im Prinzip würde ich sagen, du könntest sogar vielleicht mit einer Tube Alleskleber oder hier so Kraftkleber, Patex oder sowas, könntest du wahrscheinlich die Ecken auch eben so ein bisschen auskleben, dass du die dicht kriegst. Ich würde vielleicht kein Heißkleber nehmen, weil ich glaube, Heißkleber ist nicht so elastisch, dass es wirklich so luftdicht oder relativ luftdicht wird. Du kannst aber nicht alles komplett verkleben, denn die Rückwand haben wir so gemacht, dass man die quasi auch wie eine Revisionsklappe wieder öffnen kann. Trotzdem willst du die luftdicht bekommen und da haben wir eine ganz kleine Naht Sikaflex genommen, sodass wir es trotzdem aufschrauben können und dann mit ein bisschen Hebelwirkung, mit ein bisschen Schraubenzieher oder so, kriegst du das dann wieder auf, wenn du mal einen Defekt hast. Und das war ja dann auch wieder so eine Sache, gerade das Thema Verleimung. Wenn wir jetzt alles komplett verleimten und was ist dann, wenn die Elektronik mal irgendwann kaputt ist oder willst du was reparieren, weiß der Kuckuck was. Du könntest theoretisch auch noch durch die Lautsprecheröffnung dann kommen, weil du kannst die ja von außen abschrauben, aber auch das ist nicht so schick. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. Und dann hast du die Lautsprecher-Ausschnitte gemacht? Genau, einfach die Ausschnitte. Das war eigentlich auch relativ easy. Du sagst, das hast du ja vorher auch schon. Wir haben ja dieses Set gekauft bzw. André hat es ja schon bestellt und da habe ich gefragt, welcher Durchmesser dies, das. Da dachte ich, okay, da ist einfach immer so eine Schablone drin. War in diesem Fall halt auch und dann habe ich einfach die Schablone ausgeschnitten. Schön dann einfach auf das Werkstift aufgelegt, geguckt, okay, wie vermittelt das? Es sind da zwei Lautsprecher, das muss ja dann auch schon irgendwie relativ passen. Klar, es wird nachher auch so ein bisschen Spiel, wenn du dir einbaust, aber es sollte ja trotzdem schon von Grund aus schon relativ genau sein. Und dann einfach die Papierschablone aufgelegt, mit dem Bleistift angezeichnet, nachgezeichnet und dann einfach mit der Stichsäge ausgeschnitten. Klar, vorher schon mal einfach Löcher gebohrt, also meistens ein 10er Loch passt immer perfekt für ein Stichsägeblatt. Und dann mache ich halt immer so ein paar mehr Löcher so und gut, und dann einfach schön aussägen. Und dann hast du auch wieder die Stichsäge und das belastet natürlich schon die Stichsäge. Deswegen habe ich auch erst mal schön die ganzen Längsschnitte gemacht und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich nachher die Rundung gemacht, da rechne ich eigentlich schon stark mit, dass das Sägelblatt das nicht überleben wird. Weil man kennt es halt, das Sägelblatt ist ja wirklich immer noch schön gerade so. Aber man kennt halt über das klassische Stichsägeblatt, was auf einmal so steht. Dann hast du aber auch richtig Alarm. Es gibt auch spezielle Kuchenblätter und sowas, aber das haben wir jetzt alles so nicht. Aber das ist jetzt wirklich gut ausgegangen. Also ich würde eher schon vorschlagen, dass man sich dann auch wirklich noch irgendwie noch... Ein paar Satzblätter. Ja, ja. Weil das ist halt richtig ärgerlich. Wir haben halt den Ritt auf der Kante hier. Naja. Obwohl wir noch das Backup gehabt hätten und noch Stichsägeblätter. Aber wir hätten ja geschummelt. Wir hatten wirklich den Ehrgeiz, nee, nee, wir machen das wirklich mit dem... Aber wenn es kaputt ist, dann kannst du halt nicht mehr machen. Was willst du denn machen? Klar. Also ich würde jetzt wirklich nicht am Wochenende da sagen, okay, ich starte jetzt das Projekt und dann fehlen mir drei Stichsägeblätter. Dann hast du aber richtig Laune. Genau wie mit dem Schmiergepapier halt auch. Das sind halt so Verbrauchssachen. Da sollte man halt jetzt nicht sparen. Ja, und dann war das ganze Gehäuse fertig und dann hast du gesagt, okay, Brockschmidt, bitte übernehmen Sie. Genau. Weil dann ging es ja so ein bisschen an das ganze Lautsprecher-Thema, Elektronik-Thema. So, und Lautsprecher, da muss ich noch mal sagen, war ich wirklich überrascht, dass es die Lautsprecher bei Idealo so günstig gab. Ich hätte so gerechnet mit 30, 40 Euro. Letztendlich unter 30 Euro ist immer noch ein Schnapper. So, und dann habe ich aber im Nachhinein noch mal gesehen in dieser Preishistorie, dass es die auch mal irgendwie für 15 oder 10 Euro gab. Also die kam dann auch hier an, die Lautsprecher, und da war sogar noch ein Preisschild für 40 Euro drauf. Also scheinbar lagen die mal irgendwo im Laden von dem Händler und sind dann in den Online-Versand gegangen. Gut für uns auf jeden Fall. Da haben wir einen Schnapper gemacht. So, und dann musst du die natürlich einpassen und da habe ich noch ein bisschen Moosgummi-Tape genommen, um das Ganze auch noch mal schön abzudichten. Und das hat auch noch mal den Vorteil, wenn du irgendwo vielleicht noch mal in der Oberfläche eine kleine Unebenheit hast, da hättest du dann ja sonst sofort auch irgendwie, dass es undicht wäre. Und da kannst du dir ganz gut behelfen. Ihr solltet möglichst nur Dünnes nehmen, nicht, dass das zu sehr aufbaut und auch einigermaßen bündig nachher aufliegt. Dann hatten wir die Lautsprecher drin. Da ist auch noch mal wichtig, dass ihr die Lautsprecher-Gitter ordentlich einpasst, denn die sind natürlich dafür gedacht, dass die wirklich auch quasi sich fixieren und einfach stecken bleiben. Und wenn du die verkanntest und dann drückst, dann verbiegen die sich, da kriegt die nicht rein, da musst du ein bisschen Gefühl haben. Und schön war natürlich auch, dass Lautsprecher-Kabel dabei war im Zubehör. Das ist natürlich jetzt nicht high-end, aber für unser Projekt hat das gereicht, sage ich mal. Könntest theoretisch natürlich das Kabel auch noch aufrollen und dann in der Box lassen, aber das wäre eigentlich natürlich fusch. Wir haben das dann gekürzt. Ich habe die Enden dann nochmal verzinnt mit unserem schönen Lötkolben hier und dann entsprechend angeschlossen an die Bluetooth-Verstärkereinheit. Ich habe eine Schraube nämlich quasi glatt genudelt. Die hat sich irgendwie verkantet. Ich hatte zwar vorgebohrt, hatte dann aber beim Schrauben eben nicht das Loch erwischt, was vorgebohrt war. Die Qualität der Schrauben war natürlich jetzt nicht so dolle. Da war die sofort rund. Da war natürlich schön, dass wir unsere schöne Ingenieurzange hatten. Die gibt es dann auch bei Idealo, aber die hatten wir noch. Zum Glück. Da mussten wir das rausfummeln und da mussten wir uns dann eine Schraube aus unserem Fundus nehmen, die dann aber nicht schwarz war. Da habe ich dann mit Eddinger ein bisschen gemalt, aber hinter der Blende sieht man das jetzt eigentlich auch nicht. Aber es sind natürlich die kleinen Gemeinheiten in so einem Projekt. Natürlich geht auch immer so ein bisschen was schief. Das macht es natürlich dann auch interessant. Dann haben wir uns überlegt, wo positionieren wir jetzt die Verstärkereinheit. Denn was wir dann festgestellt haben, dass diese Achse von dem Poti sehr kurz ist. Und das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt eine Fräse hätten, dann hätten wir uns vielleicht eine Vertiefung gefräst, dass die Achse vom Poti auch nach vorne vorsteht. Dann hätten wir diesen Knopf benutzen können, konnten wir aber nicht. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Lassen wir das einfach rausgucken, so quasi in so einem Loch, weil da hättest du sogar mit dem Schraubendreher reingreifen können. Das fanden wir dann auch natürlich nicht wirklich praktikabel. Dann hatten wir uns überlegt, ob wir so einen Schraubendreher-Griff davor machen, den wir noch irgendwo haben. Aber dann steht da megamäßig was davor. Ist auch nicht wirklich praxisgerecht. Da hattest du eine geniale Idee. Genau. Und dann haben wir uns einfach entschieden, dass wir eine kleine Nuss nehmen, also eine Achter Nuss aus dem Toolcheck, weil das passt halt perfekt da rein. Und ja, das ist jetzt unser Knopf. Das Schöne an den Toolcheck-Nüssen ist, dass die ja noch so eine Daumen-Riffelung haben, dass du die mit Hand noch drehen kannst. Und, Nobel geht die Welt zugrunde, wenn wir auch sonst gespart haben, da haben wir uns dann so eine relativ teure Nuss gegönnt. Vielleicht habt ihr aber auch in eurem Fundus noch irgendwie so einen Knarrenkasten von der Schießbude. Ja, ja. Da würdest du vielleicht dann auch... Ja, oder einen alten Knopf, keine Ahnung, von der Kommode. Für uns passt das halt super rein, weil wir einfach ein Werkzeugkanal sind. Wir sind halt Werkzeugleute so und von da ist da nochmal die Identität da auch nochmal gewährleistet, dass das einfach unseres ist. Der Style ist komplett durchdekliniert. Nee, sieht richtig cool aus dann und funktioniert. Und wir haben was festgemacht. Wir haben einfach ein bisschen Alleskleber genommen, in die Nuss rein, auf den Poti, zack, und dann passte das. Ihr müsst noch aufpassen, dass ihr den Kleber nicht zu nah an das Versteckermodul kriegt, weil da ist halt schon die Achse. Nicht, dass ihr dann nicht mehr drehen könnt, weil mit dem Knopf schaltet ihr das Gerät ein und reguliert die Lautstärke. Eine andere Sache ist, an der Platine hast du direkt auch einen 3,5-Klinken-Stecker-Eingang. Den wollten wir aber nicht nutzen und dann haben wir gesagt, okay, den lassen wir einfach blind vor die Wand laufen, vor die Holzwand. Genau. Du hast aber nochmal ein bisschen eingesenkt. Ja, klar, damit das ein bisschen da reinpasst. Das war's halt. Wir wollten halt einen clean Look. Wir wollten halt diese zwei Lautsprecher-Buchsen haben und ein Knöpfchen zum Verstellen und alles andere ist dann einfach Bluetooth, weil es ist einfach ein Bluetooth-Lautsprecher, da brauchen wir nicht noch einen Aux. Wäre das jetzt irgendwie ein Produkt, was wir vielleicht einfach mal so ein bisschen reacten, sei es von dem Worker. Hätten wir wahrscheinlich gesagt, da fehlt aber ein Aux-Eingang. Aber so für uns war es jetzt einfach im Dauch einfach leichter, das so zu machen. Also ich hätte es gemacht, wir hätten ja nur die Bohrung durchbohren müssen. Dann hätten wir halt von innen wieder abdichten müssen, damit wir da luftdicht einigermaßen unterwegs sind. Ihr solltet auch gucken, dass ihr das mit Sika-Flex oder ein bisschen Kleber oder Heißkleber oder so noch ein bisschen auskittet an der Bohrung, dass ihr im Anschluss zur Platine relativ luftdicht das hinbekommt. Das ist ein bisschen fummelig. Ich sage mal, vielen wird es wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn es nicht wäre. Aber dann sind wir natürlich auch noch hingegangen und haben, bevor wir alles verbaut haben, das Ding einfach mal als Testlauf quasi Trockenschwimmübungen gemacht. Das kann ich auch immer empfehlen, bevor ihr da irgendwelche Gehäuse wieder zuschraubt, wenn ihr auch was repariert oder baut, macht es einmal so, Klappe auf, alles ausprobieren und dann zusammenbauen. Und das lief gut. Da waren wir schon sehr überrascht, was wir für einen Pegel hatten. Und unser Netzteil, was wir uns bestellt haben, hat lediglich 12 Volt. Dafür war es etwas günstiger. Du könntest natürlich auch ein Netzteil nehmen, was etwas mehr Output hat, etwas mehr Watt, also Volt mit Ampere. Also dann letztendlich ein bisschen mehr Volt, denn das Verstärkermodul hat mehr Ausgangsleistung, je mehr Spannung ihr draufgebt. Übrigens, das kleine silberne Ding, was ihr seht, ist ein Kühlkörper. Das sitzt dann auf diesem Verstärker IC drauf und solltet ihr auch machen, weil das Ding entwickelt ganz gut Abwärme. Aber es ist eh faszinierend, was aus dem kleinen Ding rauskommt. Genau. Ja, und das Thema Stromversorgung könnt ihr jetzt auf die einfachste Art und Weise machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Kabel vom Netzteil direkt anlötet mit dem Stecker von dem Bluetooth-Verstärkermodul. Aber wir haben das ein bisschen hübscher gemacht. Wir hatten uns noch eine Buchse besorgt, haben dann die Buchse in das Gehäuse montiert, daran quasi die Verbindung gelötet und gleichzeitig haben wir auch noch die Halterung für den Akku verbaut. So, und da noch ein Hinweis, wenn ihr jetzt diese High-End-Version habt mit Netzteil und mit Akku, dann könnt ihr auch euch noch einen Schalter reinbauen, der zwei Stellungen hat oder drei Stellungen, nämlich einmal nur Netzteil, einmal nur Akku und dann auch komplett alles aus und dann zieht auch die Endstufe nicht noch ein Standby-Strom, die eventuell den Akku leer zieht. Und wie lange haben wir insgesamt gebraucht? Nettozeit? Ich würde sagen, einen Arbeitstag tatsächlich, so was, um die acht Stunden, so was. Also das war eigentlich ein schönes Projekt vielleicht auch für einen ausgedehnten Samsternachmittag. Aber Herr Leser, zeig mal, bring das Ding mal hier auf Schiene. So, was wir jetzt noch gemacht haben, wir haben es geölt. Ja klar, das haben wir dann auch noch gemacht. Und sieht echt nice raus, ne? Also richtig edel. Richtig schön. Ja, also ich finde es richtig. Das ist halt auch wirklich die Sache, wo ich dir dann auch noch nochmal sage, was ich ja schon vorhin gesagt habe, mit dem Ruhmaterial, was man sich aus dem Baumarkt besorgt. Wenn man sich das hier oben anguckt, sieht das halt schon relativ dicht aus. Das liegt halt daran, dass das halt alles diese Maschinenkanten sind. Hier unten hingegen sind die ganzen Sägeschnitte mit der Stichsäge. So, und wie habe ich das jetzt halt vertuscht, weil hier oben ist halt hauptsansichtfläche. Das muss halt irgendwie alles clean aussehen, so relativ. Ist doch relativ gut gelungen, würde ich sagen. Also mega, ja. Und hier unten ist natürlich jetzt, dahingehend habe ich jetzt mir noch einfach was einfallen lassen und klar, noch so einen kleinen Sockel gebaut, so was. Weil wenn man es jetzt einfach abstellt, stellen wir ab, so die Kiste, so, dann hat man jetzt hier unsere kleine Schattenflugel. Und jetzt erkennt man relativ schlecht, ja, ist der Schnitt jetzt gerade oder nicht gerade? Jetzt haben wir so ein bisschen das auch kaschiert dadurch. Ja, aber jetzt sieht es halt wirklich ordentlich auf, das schwebt ja quasi und das ist halt nochmal noch dieser kleine Trick und das ist halt wirklich das Schöne, wenn man sich so ein bisschen noch Holz dazu holt, weil das ist hier oben jetzt einfach wirklich schön sauber aussieht. Klar, malz hier noch ein paar Sachen, weil einfach auch die ganzen kleinen Längsteile, also die hier, beide Schnitte, die wir so breite gesägt haben, muss man halt mit dieser Stichsäck machen. Klar, wir haben uns behäufen mit dem Winkel, aber nichtsdestotrotz ist das dann hier auch ein bisschen verlaufen und das sieht man an, aber auch hier da ist ja noch ein bisschen Spalt drin und so. Ich hatte noch überlegt, ob man da vielleicht sogar noch ein bisschen beischleifen könnte oder so. Also wie gesagt, also Schleifpapier ist ein bester Freund so, aber das war mir dann jetzt auch die Arbeit nicht wert, sag ich jetzt mal so und war mit dem Ergebnis dann jetzt auch soweit zufrieden. Und das Schöne ist natürlich auch hier, dass man immer diese Lamellen hat und das sagt sich halt auf, du machst halt einmal so ein Zwei-Meter-Stück, machst einmal halt dann Längsschnitt und jetzt passen diese ganzen Übergänge. Du hast ja hier diesen einzelnen Riegel und der geht hier auch wirklich naht zu naht halt über. Und das ist vielleicht das Flair ein bisschen wie das Tischlerauge sowas, aber das macht es halt eben auch aus. Ja, sehr edel. Was wir hier noch haben, Filzgleiter. Genau, sind Filzgleiter und so ist das Ding auch wirklich, ja, also es ist echt fassig schön an und das ist natürlich jetzt hier unser kleiner Freund. Da, klick, klick, klick. Das ist cool. Mega. Aber ich würde sagen, wir räumen jetzt hier nochmal auf und dann machen wir mal hier SPL-Messung. Wir messen mal Schalldruck und auch Klangeindruck. Denn wir können euch natürlich den Klang nicht hundertprozentig wiedergeben, das liegt ja immer an der ganzen Wiedergabe- und Aufnahmekette. Aber wir waren richtig überrascht, was da rauskommt und um euch das ein bisschen zu zeigen, messen wir einfach jetzt mal den Schalldruck. Musik 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 So habt ihr gehört und den Schaltpegel habt ihr gesehen, wobei Schaltpegel natürlich jetzt nicht gleichzusetzen ist mit der Qualität. Aber es ist schon nicht schlecht. Also wie gesagt, ich bin halt Laie, du bist natürlich noch ein bisschen affinierter in der ganzen Geschichte, weil das einfach auch schon mehr gemacht hat und auch ein Hobby von dir war. Aber wir waren alle überrascht. Genau, und für den Preis so. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist eigentlich schon cool. Und klar, da kannst du jetzt noch gestalterisch dann noch viel, viel, viel mehr rausholen und sowas. Aber die Technik ist erstmal so die gleiche. Und da war das halt schon für so eine dörsige Holzbox, sag ich mal, ist das schon gut. Und von der Größe her finde ich das auch noch human. Wir haben ja hier im Hintergrund diese große Marschel, die natürlich noch ordentlich mehr feuert, sowas. Aber das ist vielleicht auch schon in der Werkstatt oder wo auch immer man das danach auch stehen hat oder zu Hause, ist auch schon ein cooler Blickfang. Wir hatten ja auch überlegt, machen wir jetzt hier einen Griff dran oder sowas, oder vielleicht aus Holz oder so. Aber dann haben wir uns überlegt, du könntest ja zum Beispiel auch einen Schubladengriff, diese klassischen Schubladengriffe aus diesem gepressten Blech oder was das ist. Weißt du, was ich meine? Hier einfach so ein Griff dran oder sowas? Ja, das ist ein Schubladengriff, ja. Also da kannst du schon noch ein bisschen Upgrades machen. Alleine das hier mit der gedruckten Haltung natürlich, mega, ne? Ja. Also das hat schon was. Ich finde den gedruckten Halter mit diesem Glitter-PLA auch sehr, sehr nice. Und man muss wirklich sagen, wenn du das Material für diese Box nimmst, dann kommst du unter 50 Euro aus, ne? Klar, du hast noch Variationen, vielleicht mit dem Holz oder so, vielleicht kriegst du auch die Lautsprecher für den Zehner, dann bist du noch weiter drunter. Aber schon echt Respekt, finde ich. Und es war ein richtig cooles Projekt und danke auch nochmal für die Inspiration, denn die Kollegen von Idealo haben mich ja erst darauf gebracht. Denn die haben uns ja gefragt, ob wir nicht was bauen wollen, aber ich habe gesagt, nee, eigentlich sind wir kein Projektkanal. Ich fange jetzt nicht irgendwann das 150. Regal zu bauen oder irgendwas, aber so eine Bluetooth-Box wollte ich schon immer mal haben und das ist genau mein Ding. Und jetzt haben wir gerade mal so eine Idee, was wäre denn, wenn ihr jetzt mal anfangt, das Gerät nachzubauen mit eurer Variation, sei es Material, sei es Lautsprecher, vielleicht auch noch ein Gimmick, noch einen Kühlschrank drauf oder so. Noch eine Kühlbox mit drin. Von Makita ist eine gute, habe ich gehört. Und dann schickt uns doch mal eure Videos oder eure Fotos und ein paar Infos dazu. Das könnt ihr uns dann als YouTube-Video verschicken, ähnlich wie die Top 3 Zuschauerwerkzeuge. Vielleicht kommt da ja was zusammen. Dann machen wir mal im Livestream oder in der News mal so ein Follow-up. Livestream wäre cool. Livestream wäre sehr cool, ja. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob ihr euch daran traut. Also ich sag mal, du hast selten ein Projekt, wo du das machst von der Planung und dann diesen Moment, du machst es an und es funktioniert. Ja, das stimmt. Das ist halt, ja genau, das ist schon echt so ein spannender Moment in der Zeit. Du hoffst halt ja und dann, weil du sagtest ja auch, du hast es angemacht und du hast gesagt, boah, eigentlich höre ich jetzt ein Rauschen. Weil die Lautsprecher-Qualität da irgendwie nicht so ein Schuh ist. Ja, die Endstufen-Qualität. Für 10, 15 Euro würdest du ja erwarten, dass es irgendwie rauscht. Aber da rauscht dir gar nichts. Genau, dann war auch schon so, Nils, der Kameramann, der hat ja auch alles gefilmt, sagte auch schon, das ist eigentlich untypisch, oder? Für gute Lautsprecher ist das typisch, aber für billige eigentlich nicht so. Vielleicht ist was kaputt und dann hast du ja irgendwie alles connectet, was ja auch super funktioniert hat. Ja, sofort, ne? Angescheidet, News Connection war da, fertig. Genau, und dann ging das relativ zackig. Thema Variation, du könntest natürlich jetzt ja auch noch die Lautsprecher, wie gesagt, einlassen, könnt irgendwie noch mit so einem Gitter was arbeiten, Akustikstoff oder... Oder halt hier irgendwie so einen Schlitz machen, wo du dann einfach perfekt dein Handy so reinstellen kannst, vielleicht wird es auch noch da geladen über den Akku, sowas halt. Du könntest diese Gitter hier weglassen und machst vielleicht so Stäbe, die du biegst, dann bohrst du hier rein und dann sieht es mehr so industrial aus. Oder du hast halt so Roheisen, so Stahl mit Holz-Look. Ja, oder lackst die nochmal anders eventuell, keine Ahnung. Genau, wie gesagt, das ganze Material unten nochmal in der Beschreibung. Aber ihr sollt natürlich nicht zu kurz kommen, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brugschmidt spendiert, hauen wir jetzt die drei Maschinen aus dem Projekt an euch raus und unter dem Hashtag Idealo sollt ihr einfach mal schreiben, wie euch das Projekt gefallen hat, ob wir vielleicht doch nochmal sowas machen sollen in der Art, wo wir so ein bisschen Werkzeug mit Projekt kombinieren, weil wie gesagt, Projektkanal werden wir nicht machen und werden wir nicht werden und sein. Und was so eure Meinung ist oder ob ihr das nachgebaut habt oder ob ihr sowas schon mal realisiert habt. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt uns treu und bis dann. Und was sagt man hier? Happy Boomboxing? Happy Boomboxing ist ein guter Begriff. Dann das ganze bündig. Ja, ja. Also Flaschma und sagt mal in Englisch, was sagt man denn bündig? Ja, bündig. Ja, das ist Maisstärke, das kann man essen, oder? Nee. Das kann man nicht echt nicht essen, ne? Das ist doch Maisstärke. Boah, es ist eklhaft. 2-3-4-5-4-5-4-5-4-5-4